So, herzlich willkommen zu unserem Rätsel. Die Wahrheit, vermutlich versteckt sich hier Rätsel Nummer 2. Das hatten wir ja vorhin schon im Let's Play Video gesehen und mein Gedanke war einfach die ganzen Rätsel separat aufzunehmen, um euch das auch einfacher zu haben. Und ich würde sagen, jetzt starten wir nochmal hier mit dem Adlerauge. Und hören uns mal an, was der hier zu sagen hat. Vergangenheit. Ein großes Netz von Verwaltungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall. Oder nicht? Okay. Okay. Das sieht jetzt interessant aus. Sieht aus wie so eine Kreisel. King Kong von... Ja, okay. Das ist easy. Kö... König... Königin von England. Okay, was muss ich da jetzt tun? Ah. Ja, genau. Das ist was für... Ah, da kann man das Ganze so stellen. Vielen Dank. Da macht das Ganze auch ein bisschen mehr Sinn. Ne, ist das so oder so? Haben wir das noch ein bisschen? Ne, kann man nicht. Ah, doch. So passt das. Schauen wir mal. Gott sei Dank hat die was Weißes. So wird ein Schuh draus. Ist ja geil. Okay, also wir spielen ja auf der Xbox. Und hier wird einfach mit dem... Mit dem rechten Stick und mit dem linken Stick... Einfach das Ganze koordiniert. Wow. Wir haben das Rätsel relativ zügig gelöst. Königin von England. Elisabeth I. Und wir haben den Edensplitter. Zwei Apfel. Ja gut, dann machen wir weiter. Ich dachte, das wird etwas schwieriger. Aber das war ja ganz, ganz easy. Ha. Okay. Zu früh gefreut. Noch ein Rätsel. König. Ich glaube, ich muss erst mal mit den Äußeren anfangen. Machen wir mal die Köpfe erst mal so gerade. Das hilft uns ein bisschen. Von außen... Also ich habe festgestellt, ist es besser von außen nach innen? Nein. Ja, so wird es auch gehen, aber... Das ist doch der Bonaparte. Ja, klar. Napoleon. Ja, check. Da gibt es noch eine schöne Zeichnung, was er da festhält. Aber da sind wir ja auch gerade nicht bei Jugend frei. Na dann schauen wir mal. Also wir haben hier den Edensplitter eins, zwei. Kommt da ein drittes? Oder war es das? Lassen wir uns überraschen. Wow. Go Fx sogt... Frigate... 1700. Okay. Das sieht irgendwie nach... Ach. Ja, klar. Da hat man ein bisschen aufgepasst in Geschichte. Und? Passt das so? Ja. Ja, das passt. George Washington. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Falsche Richtung. Sorry. So, jetzt nach außen. Nein. Jawoll. George Washington. Vereinigte Staaten. Nummer drei. Ja, vielleicht kommt er noch ein viertes. Ah. Also waren es nur drei Rätsel. Die waren aber auch relativ easy jetzt. Passcode gefunden. Wir drücken mal und schauen uns, was wir als nächsten Splitter für einen kleinen Film bekommen. Okay. Hier hat man die zwei mit den... Die zwei Hüpfer. Und hier? Ah, die laufen auf irgendwas zu. So, das geht jetzt bei den ersten zwei, aber wie kann ich die dann... Oder spielen die sich dann komplett ab? Nee. Na gut. Auch dieses Rätsel haben wir gelöst. Die Wahrheit. Wir haben zwei von 20. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir die nächsten Rätsel finden. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und Angucken, fürs Hitten von dem Like-Button, fürs Abonnieren, was auch immer. Dankeschön. Bis bald. Servus. Euer Rudolf.